hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play auf meinem kanal wir spielen late shift ja und wie ihr seht ich habe schon angefangen zu spielen ein paar sekunden nicht mal richtig gespielt egal ich hab das den anfang verkackt kurze erklärung es ist jetzt sonntag der fünfte eröffne vorhin kam das let's play von kronk raus zu diesem spiel ich habe die erste folge geguckt und fand das spiel sehr sehr gut so gut dass ich das gleich gekauft habe und selber angefangen abzuspielen und ich wollte unbedingt aufnehmen und hat meine eigenen wege gehen weil dieses spiel hat laut beschreibung sieben enden und und wahrscheinlich dass ich mal dasselbe ende rauskriegen deswegen wollte ich selber spielen das ist etwas anders als die anderen spiel auf meinem kanal es ist so wie ein film nur dass man die haupt den hauptcharakter steuert nicht direkt steuert in diesem fall entscheidet man einfach nur ich rede jetzt nicht weiter drum herum dann wird es nur schlimmer und wir fangen mal neu an um dann jetzt zum am mit den Augen öffnen. Ich sehe keine Wahrheit. Ich sehe keine Wahrheit. Nein. Ich sehe nichts. Aber die randomen Fractuals von einem seltsam, königlichen Hive. Ich sehe nicht. Ich sehe nichts. 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 Aber ist es eine Waffe, die Selbstlosigkeit die anderen zu bewegen? Oder die Selbstbewusstsein die die letzte und die erste? Ich sehe nichts. 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 Es ist ein gewisses, Einig! Die Einstensprächtigkeit undığıle oder die Wende. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Entschuldigung! Ähm, Schnell. Nein, Zug. Kacke. Zug verpasst. Let's shift. Jetzt kommen wir zu spät. Ich hoffe, wir können keinen Ärger. Okay. Es gibt zwei Fahrzeuge, die resten gelockt. Es sollte ein schönes Nacht sein. Bis morgen. Wir arbeiten als Parkwächter. Schnell noch rumziehen und eine chillige Nacht genießen. Und hier sind sie. Die wichtigste Beziehung, die ich in meinem Leben habe. Mit einem kleinen Wimbos. Schau dich, meine Schönheit. Du kannst mich in der Schule für über eine Jahrzehnte. Ah, ich lache. Danke. Danke. Ich trau mich ja kaum was zu sagen. Ich trau mich. Ich trau mich zu. Es gibt Menschen nicht. Ich bin da, uns zuerst. Ich bin so passiert. Ich bin so ein Mensch. Ich bin ein Mann. Ich denke, dein Freund ist ein Mann. Ich bin so ein Mann. Aber er hat ein schönes Auto. Was hast du lacht? Ich habe nur ein bisschen lighten Studie. Das ist ziemlich schwer für mich. Kann ich helfen mit etwas? Ich brauche ein Geheimnis. Ich brauche die Maserati- Ist das Dr. Brent, noch? Natürlich. Ich brauche die Maserati. Und du willst mein Signing für sie? Okay. Er weiß nicht. Es ist ein Geheimnis, aber ich brauche wirklich die Beine. Es ist nur für heute. Ich werde zurück nach 2 Uhr. Äh, er nicht, oder? Warum? Ich möchte wissen, warum du das Auto brauchst. Wir müssen nicht darüber nichts. Okay. Nein, der könnte mir den Arsch abreißen. Da ist jemand unten, nachschauen. Wir sind mal mutig. Wehe, die klauen den Schlüssel jetzt. Da war doch wer, oder? Oder? Ja. Ja. Uh oh. Oh. Now get over here. Drop it. Uh. Eine. Das ist wirklich richtig. Wenn wir jetzt wegrennen, dann knallt er uns ab. Wir finden noch einen Weg, wegzukommen von dem Puig. Vor allem ist er verletzt, also kriegen wir das schon hin. Irgendwie, nur nicht jetzt. Da knallt er uns in den Rücken mit der Pistole, wenn wir da jetzt weglaufen. Hoffe ich doch. Jetzt könnten wir weglaufen, oder? Ach, scheiße. Wir hätten weglaufen können. Ach, Kacke. Eww. Ach, scheiße. Und wer the hell's gonna drive? Because you're clearly not. I'll be all right. Fucking idiot. Hey, it has to be four people. There is no way you can manage the auction assistant than anyone downstairs on your own. I'm well aware of how many people it has to be. They have to call it off. Do you want to tell Mr Wu that we missed the one chance to get our hands on his fucking rice ball? Because I don't. We have one window of opportunity and we're gonna use it. Fine. How? Leave him to bleed. Need to make some cause and try and find a replacement in the next. Shit, in the next 13 minutes. Call down if he doesn't pick up. Try and hold of that, you Irish Pete. What about him? Ich hab keinen. Let's put a bullet in him. I don't care. Sagt nix, ja klar. I don't know who you guys are or what you're up to. Okay? I'm not gonna say anything to anyone. Well, it's not gonna take you long to figure it out, is it? Well, no, not if you keep talking in front of me, it won't. It'll be on the news, smart ass. I'm not a murderer. I don't intend to start now. Good. Pass me Diffinoxin and a couple of cable ties. Was für'n Ding? Diffinoxin? What the fuck is that? You guys would have headaches like you. Oh, still. Oh, still. Make things worse. Your headaches is gonna start the moment you knock me out. And why is that? Because you're on the couch there. He may have brought you the BMW, but he's brought it here with a valet key. A valet key? What the fuck is that? It's a parking key. It means you can't drive faster than 35 miles an hour. Not great for a getaway car, is it? And why do you think it's a getaway car? Your face. Is it fucking right about the key? It puts a block on the electrics, but we can sort it. No, you can't. You can't do it without triggering the immobiliser. But I can. But you can. Yeah. Certainly can. Looks like you just bought yourself a ticket and bought this operation. Are you serious? Are you gonna go to the basement? We've got no idea who he is. After tonight, I'm not gonna see him again. What difference does he make? The difference is this guy looks like trouble. Mr. Wu is trouble. And we've made a deal with him we can't go back on. What do you say? I don't care who does what? As long as I get my car. You better not fuck this up. Okay. So what's the plan? This is what's gonna happen. I'll double up on Lee's position. And this guy, what's your name? Matt. Matt sticks with Mei Ling. You take up the slack. Super. Okay. We need to get moving. We need to go to the auction house before 9. This one. You're joking? I'm just joking. Yay. And I'm tired. I'm a criminal. So what do I do next? Do I go along with this? I'm gonna try and turn them in? Do I keep a laugh sharp? Yeah. I'm tired. I'm tired. I MILITAR soldier. Ich will do not kill you. Ich wollte nicht so spielen mit Peter Conkham anfangen. Jetzt treff ich doch dieselbe Entscheidung. Nein. Dieser Zeitdruck. Gina hat Mater examining and difficult choices. Bei sob and quiet night. Fuck my man. Excuse me what we're doing here. Na click on now. Ich würde einfach nur bereit sein, das ist alles. Ein sehr künstlerer China-China-China-China ist heute hier, um zu reakquirieren, ein Porcelinball, das in der Familie hat über 1,000 Jahre alt. Reakquirieren? Was ist falsch? Ein Keilis-Business-Transaktion. Also, wir sind hier, um sie zu holen. Wir sind hier, um sie zu holen zu holen. Ich glaube, wir werden es nicht kaufen. Was denkst du? Vielleicht schon. Huh? Seht ihr das mit diesem Zeitdruck? Das meine ich. Zeitdruck. Ich werde nervös. Mann. Herr, Siehe. Ich bin ein paar Hainsworths. Die zweite Teil der Auktion hat gerade angefangen. Ich bin ein paar Hainsworths. Danke. 910. 920. 920, thank you. 930, again to my left. 940. Do I hear 940? 940, thank you, sir. Looking for 950. 950 to my left. Do I hear 960? Fair warning, I'm selling. 950 once, 950 twice. So, for 950,000 pounds, this marvellous 12th-century cabinet with its hidden compartment, which is 950 grand for its time. Just try to keep your pelvis right. I'm sorry. If I had that kind of money, I wouldn't spend it on a fucking sideboard. Why don't you try not talking at all? So we come to what I feel must be the highlight of our sale this evening, lot 247. And to introduce it, first I'd like to pass you over to our expert, Miss Katie Tramp. Katie. What we have here is an absolutely exquisite example of late Ming dynasty porcelain. Don't stand now, mate. Is the ball there? One of only three remaining examples. Okay, great. I'll move on to the time. Thank you very much indeed, Katie. It is a truly exceptional piece. The sale of which cannot be passed without remarking that its owner, Mr. Samuel Parr, who is far too modest to mention it himself, has agreed to donate 50% of the sale proceeds to the Chinese art restoration. Wow, super. Alter, keine Kacka. Bye-bye. And I would like to start the bidding, please, at two million pounds. Two million. Thank you, ma'am. Two million I have to my left. Three I'm looking for. Do I hear three? Three at the back. Thank you, sir. Do I hear four? Four. Four to the lady. Thank you, ma'am. Four I bid. What the fuck are you doing? Do I hear five? What the fuck are you doing? Five and fifty. Five and fifty percent of the sale proceeds to the home. Five and fifty. Five and fifty. Six and fifty. Six to my right. Thank you, sir. How powerful did you say these choices are? Do I now hear seven? Seven I have to delay. Thank you, ma'am. Seven. Do I hear eight? Eight time looking. Eight with you, sir. Do I bid? Looking for nine? Matt, stop. Do I hear nine? Do I hear nine? Was gehen kann? Leider. Ein bisschen geht ja noch. Nein, ma'am. Christoph, we're waiting. I'm looking for nine, five, ladies and gentlemen. Nine, five. Nine, five. Nine, five to my right. So do I hear ten? Matt, stop this. Don't talk ten, talk to me. We're looking to break ten. Thank you, ma'am. Are you out of your fucking right? Ten, we have. We're at eight figures in the room, ladies and gentlemen. Ten is your bid, ma'am. It's against you now, sir. So do I hear ten, five? You are so getting lumped with this. Ten, five. Ten, five I have. Thank you. Now do I hear eleven? Eleven I have with the lady. I'm going to have a heart attack. Eleven, it's your bid, ma'am. Yeah, I've got a feeling. Eleven, so we have eleven, five. We have eleven, five. We have eleven, five. Zero, so the chances of getting away with another bidder. Your bid at eleven, ma'am. Eleven, five. Eleven, five. Trust me. Eleven, five. Eleven, five I have. Thank you very much, sir. Eleven, five with your bid. It's against you now, ma'am. It's against you, sir. Eleven, five. Eleven, five with you, sir. Fair warning. Lass es jetzt. Okay. Ähm. Eleven, five once. Eleven, five twice. Eleven, five twice. So, to the gentleman on my right floor. Um mal, ehrlich zu sein, ich hab's vergessen, wie hoch es ging. Hatte jetzt Schiss. Ganz unauffällig, wie er da rausstürmt. Ha. Ha. Wir stecken viel zu sehr. Jetzt mit drin. Das wir jetzt aufgeben könnten. Also ziehen wir es einfach mal richtig durch. Und so. Wait here. When Simon gives the word, we about to the middle of the corridor and wait for the guard to come to you. Just say you got lost looking for the box. Simon. He's the guard's image here. He's not gonna believe that. I'll hallow her. Ready? Klar. Spiel mit. Bis zum Ende. Oh, oh. Tu es. Lauf. Bisschen übertrieben hat er den einen umgebracht. Also den bringt er jetzt um. Sieht man ja ganz offensichtlich. Und den anderen hat er glaube ich nur betulgt mit diesem Oxidoxy Schnutzi Pozi Zeug. Hoffe ich doch. Es rückt mir das ein, damit ich mich besser fühle. Okay. Okay. Timing is key here. The left keypad is 309220. Okay. Punch in the right code and I'm good. On the right keypad, enter this. 085209. Okay. Got it. Now both hit enter at the same time. Okay. Three. Two. One. Got it. We're in. Thanks, mate. Take him with you. Simon, I'll come to the front to get you. Ganz einfach. Zu einfach. Ach. Gibt fünf. High five. Ein bisschen. Die Schmerzen. Ich bin doch genauso wie der Kronk. Kacke. mir steckt doch zu viel böses leider aber ich werde weiterspielen mit anderen entscheidungen und mehr endings freischeiben ich werde so lange nicht weiter gucken so punkt ende nice Ich habe nicht geholfen, Mann. Oh, oh.